Hallo Leute, hier ist das Ding, jetzt habe ich es endlich bekommen. Ja, macht mich schon sehr stolz, die Trophäe jetzt endlich in Händen zu halten und auf diesem Wege möchte ich Danke sagen an alle, die das möglich gemacht haben. Ich war riesen Freude, es gibt mir eine riesen Motivation wieder für die kommende Saison, die eh schon mittendrin ist. Und ja, ich glaube, Aufsteiger des Jahres ist ganz was Besonderes, weil es doch eine Feenwahl ist und ja, die Trophäe muss man sich erst einmal verdienen. Und von dem her bin ich sehr, sehr froh und stolz. Und ich möchte natürlich auf diesem Wege einmal Danke sagen an alle, die da mitgearbeitet haben. Das sind ja sehr, sehr viele Unternehmen, wie zum Beispiel der ÖSV selbst, der alles zur Verfügung steht, die Trainer, die mit mir gearbeitet haben, das ganze Betreuer-Team, die Journalisten, die immer wieder gute Arbeit leisten, Jump'n'Reach mit dem Bhatti, mit dem ich jetzt schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, wo wir immer wieder gute Konzepte erarbeiten und alles einfach sehr gut harmoniert. Danke sagen möchte ich auch noch an alle Ausrüster, die sehr, sehr viel Material und ja, es ist sehr, sehr viel Geld, die sie ja zur Verfügung stellen, dass das möglich ist. Und ganz, ganz wichtig ist mir meine Familie und die Freundin, so wie meine Freunde, da bin ich einfach sehr, sehr gut aufgekommen daheim. Es ist sehr, sehr wichtig, dass mir alles weiterhin so Spaß macht und einfach so eine Freude macht, das Ganze auszüben und ja, vielen, vielen Dank. Und zu guter Letzt meinen Kopfsponsor, der mich seit zwei Jahren jetzt super unterstützt und mit dem ich sehr, sehr happy bin mit Manna. Schönen Grüße an alle Mitarbeiter und an die Firma und ich würde sagen, Manna mag man eben. Bis bald, ciao.